Hallo Leute, willkommen zum Produkt-Update. Ich ziehe mir gerade ein paar Weintrauben rein mit meinen beiden Jungs von Robobro. Das sind zwei echte Profis. Kommt einmal in Weiß, 8,25. Und einmal in Rot, in 7,5. Aber... Steckt... Wo ist der hin? Ja, Carissa! Oh, du bist doch ein kleiner, ne? Ja! Ja, das ist ein ganz kleiner, 8,125. Keine Frage, aber... Wer macht das sein? Hallo! Du bist der Lehrer? Du bist der Sky. Bist du Huse? Oh ja! Das ist so helly! Hallo, Jungs! Ist der gute Mann hier? Ja, auch gut! Kommt rein! Kommt rein! Kommt rein! Ach, das ist so helly! Ja! Kommt rein! Wir haben noch 5 Minuten! Wir müssen einen Song bauen! Ja! Komm! Ja, wir versuchen es! Welche Plattenführer war das denn jetzt? Virgin Records! Ah, voll! Okay! Neuer Vertrag! Oh, jetzt geht's ab, ey! Kannst du den Text? Ja! Auf jeden Fall! Ich hab einen Sussate! Ja! Bist du bereit? Ja, ich bin auf jeden Fall bereit! Warte, ich noch nicht! Ja, passt, alles klar! Alter! Du hast gesagt, du kannst einen Text! Okay, lass mich an! I've been really trying, girl! Nicht, I've been healy trying, girl! Ja, jetzt doch mal! Noch mal! Fertig? Ja, passt dann! Alter, ey! Vergiss es, ey! Komm, wir machen das ein andern Mal! Ey! Du hast noch... Nein! Ja, halt die Fresse, ey! Das war so Scherze! Ja! Fährst du nicht für Stereo? Ja, das sind die neuen Soundwave-Boards, ne? Eine Schicht Fiberglas drauf, halten viel besser steifen, langen Pop! Haben wir einmal hier das Clint Peterson Pro-Board. Wie weit ist das? 7,75? Das hier? Oh! Dann haben wir das Jack Savage in 8,5! Das Molinar in 7,8! 7,5! Ey! Ich geh mal ganz gut scheißen, ne? Ich hab mega Bock! Und dann noch ein 7,5 von... ...Benny... ...Fucking... ...Furfexy! Keine Worts! ...Furfexy! 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 Der lautet auch mal auf der Scheiße! Ach! Apropos scheißen! Ich glaub, der ist genau auf dem Klo! Ich glaub, der föhnt grad seine Fackwurst! Ich hab' mir ein bisschen... ...Bisschen... ...Bisschen... ...Bisschen Brot reingesprüht! Hier haben wir noch ein paar Gelle Worts von Cyril hier am Start! Und zwar im Speechless! In 7,8... ...7,5! Da kann man sich natürlich auch super mit Medding was reinkristeln! Also... ...Ini würde gestalten hier die Sache! Die Serie bis zum Nacht! Da haben wir in 7,75 nochmal Speechless! In Purple! In Purple! Und... ...haben wir hier noch einmal... ...das Green! Und das ist ein 8er! Da kann man auch sehr schön was reinkritzeln! Sehr, sehr schön! Ja! Ja! Ja, das mal alles angeht, oder? Ja! Hey, sonst? Hast du nichts dabei? Ey, immer! Walnut, Ananass, Mango, Erdbeer, Smetan! Sonnig! Sonnige Boards! Ja! Ich glaub, der geht immer so die Reihe durch! Ähm... Ja! Yard Scale Boards wäre als nächstes dran! Und das ist das, äh... Fröhlich! Roam Model! Cut-Off heißt, dass das so ein 8,125er! Das nächste... ...ist von Young Cleaver! Das heißt Songs in 7,75er! Da ist auch noch so ein kleines Böserchen hier dabei! Dann haben wir das! Rivado! Fast Food! 8,125! Äh... Das Coop-Logo in 7,8! Ähm... Duo-Logo! 8,125! Mal so! Das X-Logo in 7,7! Ja, kann natürlich auch das letzte eben noch machen! Also zwei haben wir noch! Haben wir hier noch einmal das! Mosaik-Logo in 7,8! Mosaik-Logo in 7,8! Mosaik-Logo in 7,8! Mosaik-Logo in 8,9! Mosaik-Logo in 8,9! Mosaik-Logo in 7,8! Mosaik-Logo in 8,10! Das ist das neue Aufmerksamkeit! Vielen Dank.